Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paper Mario vs. Origami King. In der letzten Folge haben wir das Theater hier gerettet. Ja, das Shogunland ist wieder frei! Ich hab euch alle gerettet! Ja, Mario, du bist aller Beste! Danke, dass du uns gerettet hast! Und so ist der kleine Ninja da oben, die werfen wir mit ihren Bällen rum. Die freuen sich alle, das Shogunland kann wieder eröffnen! Richtig, die Parade hier! Ach, so gefällt mir das. So gefällt mir das, obwohl ich das eigentlich nicht mag, wenn ich im Mittelpunkt stehe. Aber so ist das in Ordnung. Ja, ja, bin ja auch nicht alleine hier. Bobby ist da und die andere Tante ist auch da. Tantchen. Ich hab den Namen von der vergessen. Olli und Olivia, genau. Aber jetzt fängst du nicht an zu weinen, Bobby, oder? Äh, Onkel M, Tantchen. Hm, was gibt's denn, Bobby? Musst du mal wieder auf stille Örtchen? Äh, ich einere mich. Äh, was? Yay, Bobby hat sein Gedächtnis wiedergefunden, das ist ja toll! Wir haben das Shogunland gerettet, die blaue Luftschlage gelöst und wir haben es echt krachen lassen. Ja, Stichwort krachen lassen. So ging es mir mit dem Feuerwerk und plötzlich waren alle Erinnerungen wieder da. Ich weiß wieder, wer ich bin und ich weiß wieder, wo ich herkomme, aber... Naja, aber die neuen Erinnerungen von uns zusammen sind die besten. Onkel M, Olivia, danke, dass ihr euch um mich gekümmert habt. Ich werde euch niemals vergessen. Ganz großes Ehrenwort. Ich wünsche euch viel Erfolg auf eurer Reise. Äh, was redest du denn da, Bobby? Mann, du glaubst doch nicht wirklich, dass wir getrennte Wege gehen müssen, nur weil du deine Erinnerung zurück hast. Wir müssen doch noch die anderen Luftschlangenösen, mein Bruder, aufhalten und den Pilzpalast retten. Und du gehörst doch zu unserem Team. Also hör auf damit, mit diesen großen Abschiedsreden. Und komm mit aufs Boot. Oh, ihr zwei bringt mich doch zum Heulen. Und Pop-Oms dürfen doch nicht nass werden. Ah, das ist alles so bewegend. Sogar noch bewegend als die Stromstellen. Nun denn, hüpft rein, Landratten. Der nächste Halt dieser Flosstour ist der Krabb-Papier-Kranyon. Danke, Mario, viel Glück, komm bald wieder. Dies ist der letzte Haltfluss abwärts. Danke für die Fahrt mit uns. Wir wünschen einen schönen Aufenthalt. Toll, und wie kommt er wieder hoch? Er kann doch nicht den ganzen Weg wieder hochpaddeln. Mein altes Origami-Sprichwort lautet, Falte stets mit viel Geschick, sonst kriegst du im Genick nen Knick. Ich vermute ja, dass eine tiefere Weisheit dahinter steckt, aber irgendwie muss ich immer nur an den Bastelunterricht denken. Wir haben jedenfalls noch kein Genick-Knick, oder? Naja, ganz ausschließen kann man's wohl nie. Aber mehr als eine Mini-Falte hab ich garantiert nicht im Nacken. Nein, wir sind auch Jungspunde hier. Wir haben noch gar keine Falten. Was erzählt ihr denn da? Aber allein wegen diesen Sprüchen lohnt sich das eigentlich immer, sich auch auf die Bänke zu setzen. So, man kann hier sogar die Steine einfach kaputt machen. Das finde ich sehr nett. So, gut. Was haben wir denn so im Krepppapier Kenien anzutreffen? Den, die, 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 das Wüstengebiet beim Paper Mario 64 Teil fand ich nämlich damals eigentlich ganz schnieke. Oh, wir müssen in den Schacht rein. Na, wenn da mal nicht irgendwelche Minenarbeiter drin sind. Gibt es irgendwelche Mario-Minenarbeiter-Wesen, die ich noch nicht kenne? Oh, hallo. Wer ist da? Oh, eine Maus, bestimmt. Ne, okay, Olli ist hier. Aber diese, diese komischen Wüstenmäuse, die sind hier bestimmt. Olli! In der Tat. Ist schon eine Weile her, hä? Oh, du hast den Pilzverlass gestohlen, den Luftschlangen eingewickelt und den Tot zerknüllt. Warum machst du denn sowas? Das ist richtig gemein. Ha, ha, Schwesterherz, du siehst alles immer so zweidimensional. Ich füge diesem flachen, einfältigen Land nur eine neue Dimension hinzu. Du bist doch selbst Origami. Wie kannst du die Genialität meines Plans nicht verstehen? Ich erschaffe eine Origami-Königreich. Eine Welt für Origami? Aber gefaltete Origami und glattes Papier können doch friedlich zusammenleben. Du musst zu diesen netten Papierleuten gar nicht so gemein sein. Das ist einfach nicht richtig. Du musst damit sofort aufhören. Ich dachte, dass du vielleicht vernünftig sein würdest, aber wie ich sehe, war das ein Irrtum. Seit du dich mit diesem Mario zusammengetan hast, warst du ein Eselohr in meinem genialen Plan. Aber jetzt ist Schluss! Nein, Olivia! Ich glaube, die ist tot. Ja, ja, 100%ig tot. Lach wie eine Flunder. Ob die jetzt auch 2D ist? Das wäre witzig. Wenn die jetzt nicht mehr Origami wäre. Wie kannst du es wagen, Olli? Deine eigene Schwester! Jetzt wird der Origami-Thron neben mir leer bleiben. Aber sei's drum. In Kürze wird sich hier mein Origami-Königreich erheben. Also leg dich einfach etwas hin und erwarte den großen Moment. Hau, 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 hau. Nein, Olivia! Oh, dieser Fels bewegt sich kein Stück. Es muss doch irgendwas geben, was wir tun können. Tantchen, Tantchen! Geht es dir gut da drunter? Ich meine, Bobby... Oh, sie lebt noch. Bobby ist doch eine Bombe. Kann er nicht einfach einmal kaputt machen und dann ist alles cool? Oh, es geht hier einigermaßen. Aber so platt gedrückt zu werden kann für Origami nicht gut sein. Wenn wir nicht bald etwas unternehmen, wird sie noch permanent geknickt werden. Nein, das wollen wir ja nicht. Was machen wir denn jetzt, Bobby? Was können wir tun? Was können wir tun? Was können wir tun? Ja. Es geht nicht anders. Ich weiß, wie wir Olivia retten können, Onkel M. Wir müssen es einfach. Setzen wir die Segel. Wir müssen zum Hafen von Tautown und von dort aus Richtung weiter Ozean in den See stechen. Okay, dann halt nach Tautown. Bobby, wenn du das sagst und dich nicht explodieren lassen willst, dann gehen wir nach Tautown. Ich meine, du bist zwar eigentlich ein Bonbon und das ist dein täglich Brot, das du dich explodieren lässt, aber von mir aus lassen wir Olivia hier zurück und vergessen die ganze Sache. Wie auch immer du willst, wenn der Typ noch da ist. Aber wie kommen wir denn jetzt überhaupt zurück? Ich weiß das immer noch nicht. Ach so, ja klar, im Shogun-Land. Dann fahren wir doch da schnell hin. Nein! Er paddelt sich echt zurück. Was ist er denn für ein Superheld? Aber den ganzen Weg wieder hoch, den ganzen Berg vor allem wieder hoch. Krasster Typ. Aber geschützt hat er schon. Mit denen lege ich mich nicht an, wenn er so krass paddeln kann. So, okay. Dann ab nach Tautown. Okay, Bobby, da wären wir in Tautown und beim Hafen. Was ist jetzt der Plan? Was ist dein genialer Plan? Stimmt, wir haben den Typen ja gerettet, ne? Hier den... Ja. Ne, das ist aber... Ist er das? Doch, das ist er. Hallo, bist du der Kapitän? Ah, Mario, du bist's! Erinnerst du dich noch an mich? Du hattest mich vor einer Weile auf der Herbsthöhe aus einer ziemlichen Klemme befreit. Also sollten wir den Motorhissen und zum weiten Ozean auffrechen? Nein, das klingt falsch. Aber ja, lass das tun. Ab auf den Ozean. Das hat man ja auch schon im Trailer gesehen gehabt. Na, mit diesem Boot weiß ich gar nicht. Wird das jetzt ein bisschen so wie bei Zelda... Äh, Wind Waker? Das wäre witzig. Okay, Mario, ich habe einen Plan, wie wir das Tantchen retten können, aber dafür brauchen wir ein spezielles Item. Und das finden wir auf dem Luxuskreuzer MS Peach. Der sollte irgendwo auf dem Meer schwimmen. Zumindest hoffe ich das. Jedenfalls können wir mit dem Item das Tantchen schneller retten, als du Schnipselschächtelchen sagen kannst. Schnipselschächtelchen. Und sie ist immer noch nicht gerettet. Mann, Bobby, hast du mich schon wieder angelogen? Er macht irgendwie alle Leute an. Es ist alles nass. Alright, auf zur MS Peach. Brrrr. Turbo-Modus activated. Brrrr. 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 Kollisionskurs. Brrrr. Hallo, hallo, kleiner Scheigei. Oh nein, ich habe sie fein gelassen. Platsch. Die schönen Münzen mit den Bach runter oder in den Ozean. Echt? Kann man? Eigentlich müsste man noch hier... Ja, ja, ja. Ich will nach Schätzen graben. Geht das? Nee, ich will nicht zur Stadt zurück. Scheinbar geht das noch nicht. Müssen wir erst finden. Brrrr. 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 Da ist die MS Peach. Die war jetzt nicht so weit weg. Mann, der Ozean. Ein kleiner Tropfen auf dieser großen Erde. Viel zu pink, dieses Schiff. Viel zu pink. Und irgendwie ist keiner da. Wurde Peach nicht auch entführt von König Olli? Hier ist auf jeden Fall viel Gerümpel. Ich glaube, die wurde auch entführt. Und deswegen ist hier gerade keiner. MS Peach. Schiffsfoyer. Okay. Schauen wir erstmal. Was geht denn hier so ab? Oh, du fragst dich sicher, warum das ganze Schiff so lädiert ist. Das ist eine lange Geschichte. Ich erzähle es dir später mal in Ordnung. Boah, weiß er überhaupt, dass das Schiff hier ist? Das ist alles sehr merkwürdig. Kommt er von diesem Schiff? Hat er irgendwas Böses gemacht? Naja, lass uns doch wieder in die Kabine gehen. Ja, okay. Aber allein, weil hier diese Musik so ein bisschen gespenstisch ist, gehe ich davon aus, dass wir hier gleich ein paar Buhus zumindest entdecken werden oder andere Schränkens gestalten. Hallo, kleiner Toad. Kannst du mir vielleicht sagen, Oh, du siehst aber nicht sehr gut aus. Was hier so abgeht. Bobby, Bobby, alles cool. Bobby, chill. Oh, jetzt, jetzt. Hör mal, also echt. Du kannst doch nicht einfach so los schreien, meine armen Nerven. Geister, Geister. Toastbrot. Oh, nee. Die Musik, ey. In jedem neuen Gebiet neue Musik. Das ist so geil. Die Musik gefällt mir aber. Geister, das sieht sehr einfach aus. Ist es aber nicht. Okay, doch nicht so einfach. Doch, sehr einfach. Wir bringen einfach die da rüber und dann ist doch alles easy peasy lemon squeezy. Hab ich hier noch meinen Stiefel lang? Ich vermute nicht. Aber wir können es ja mal twining. Noch lang. Easy. Ja, easy. Hä? Ich bin einfach viel zu stark. Die mit der Maske auf, die haben mehr Leben als die ohne. Also, die haben alle eine Maske auf, aber die mit diesen Schnorchel vorne, die haben mehr Leben als die ohne Schnorchel. Ja, Bobby. Bobby hilft die ganze Zeit mit. Bobby ist jetzt richtig cool. Kaum ist die Olivia weg, hilft der Bobby richtig fleißig mit. Finde ich gut. So, jetzt lag sie aber wahr. Ich glaube, der hintere überlebt leider. Aber wenn Bobby mithilft. Nee, beide tot. Alles, alles easy. Ob wir auch irgendwann nochmal unsere normalen Hämmer und Schuhe verbessern können? Das wäre auch nochmal ganz schnieke. Haben die sich hier einfach versteckt, ey. Ich fasse es nicht. Und das ist doch hundertprozentig eine Trophäe zum Mitnehmen, oder nicht? Sieht auf jeden Fall so aus. Oh, die MS Peach. Da werden viele Erinnerungen wach. Es war immer so lustig auf diesem Schiff. Sonnenschein, Salz in der Brise, unendlicher Horizont. Und meine besten Freunde. Ich bin doch jetzt dein bester Freund. Und Olivia. Hast du Olivia schon vergessen? Wir haben sie einfach zurückgelassen. Aber das ist doch hundertprozentig was zum Mitnehmen. Aber anscheinend erst später. Von mir aus. Bobby, wollen wir erst nach oben oder wollen wir erst links weiter? Komm, wir gucken erst links weiter. Hallöchen. Kannst du reden? Nicht so wie der andere Tod? Das ist voller Wucht gegen das Schiffsfetzel geschlagen. Was Großes. Es war so furchtbar. Stimmt, ein Oktopus. Irgendwas Böses. Schon wieder? Nein, ich will nicht kämpfen. Ich habe keine Lust zu kämpfen. Lass mich doch in Ruhe. So, lang dauert aber mal, ne? Diese Kämpfe dauert viel zu lang. Komm, Bobby. Bobby, greif an. Ja, Bobby. Oh, geil. Okay. Dann kann er wenigstens nichts mehr rufen. Boah. Guck mal, wie viel Geld man noch einfach bekommt. Tausend Münzen für einen so einen Kampf. Heftig. Aber nervig sind die schon, diese Shy Guys. Also, wirklich. Die sind sehr, sehr nervig. Ein komischer Sack. Da oben haben wir ganz viel Geld. Wie kommen wir denn da oben hin? Frag ich mich doch da. Hm. Ich hätte schon gerne die Leben. Ich glaube nämlich, das ist eine Lebens... Ah. Verbesserung. Ne. Heilen einfach nur. Schade. Schokolade. Aber sonst ist hier nix. Okay. Dann müssen wir wohl oder übel noch den Aufzug benutzen. Ich kann mir vorstellen, dass er nicht funktioniert. Das wäre ja zu einfach. Oder da ist wirklich ein Monster drin. Der Aufzug ist kaputt. Was soll... Das soll ja wohl ein Witz sein. Mist. Scheint ganz so, als sei auf dem ganzen Schiff der Strom ausgefallen. War doch klar, dass das nix wird. Naja, hätte man sich eigentlich gleich denken können, so finster wie es in diesem unbeleuchteten Raum ist. Hm. In welchen Teil des Schiffs wird wohl Strom erzeugt? Irgendeine Idee, Onkel M? Ja. Unten eigentlich, ne? Ich weiß jetzt nicht genau, wie der Raum heißt. So. Was geht denn jetzt hier ab? Warum... Wo ist... Wo ist hier... Und so. Wo ist hier Strom und so. Auf jeden Fall haben wir noch eine Schatzkiste. KPmax plus 20 gleich. Wieder... Um fünftel einfach mehr. Oha. Und damit können wir jetzt garantiert auch, weil wir stärker geworden sind... Oh, neuer Gegner. Äh, diese komischen... Alter. Diese komischen... Ah, Shy Guys töten. Yo, was geht denn bei dir ab? Kann man dich auch einfach so töten? Feuerwerfende... Wolf... Coopers? What the fuck? Anordnung ist auf jeden Fall wieder super easy. Hier haben wir wahrscheinlich relativ viele Leben. Und jetzt mal Butter bei die Fische, warum habt ihr dieses Schiff gekapert? Okay, die hatten überhaupt gar nichts zu sagen. Die waren einfach da oben und dachten sich... Oh ja, die Mario, die kann man ja mal an... Die kann man ja mal angreifen. Aber so richtig bringen tut mir das jetzt hier nicht. Oh, das klingt anders. Das klingt sehr hohl. Ja, hä? What now? Da unten sehe ich einen Speicherpunkt, aber... Okay, hier oben ist einfach gar nichts. All right. Hä, wie weird? Was soll ich denn jetzt machen? Oder waren die Feuer-Dudes einfach dafür verantwortlich, dass der Aufzug nicht geht? Ne, wir müssen hin. Strom wieder einschalten. Und den Strom gibt es im Ladedeck. Hier unten, ganz normal. Ah, man kommt hier aus der... aus der... aus dem Fenster raus. Kuh-Eingang. Unbefugt ist der Zutreffer Goten. So, da geht's nach unten. Zum Maschinenraum. Wir kämpfen noch einmal kurz. Es ist ja denn, das ist ein Toad. Nein, das ist ein richtiger Gegner. Und wo ist denn hier der Toad versteckt? Kleiner Toad. Bitte kommen Sie raus und zeigen Sie sich. Hey, wo soll denn hier ein Toad sein? Bin ich jetzt vollkommen deppert? Oben ist die Brücke. Brücke nennt man das, wo man steuert, nicht wahr? Oh, da ist der Toad. Ich bin in irgendwas reingetreten. Ist doch nur ein Toad. Blup. Bobby ist aber schon so ein bisschen schisser, ne? Äh, puh, nur ein Toad aus der Schiffscrew. Den hatte ich da unten gar nicht gesehen. Der ist doch völlig weggetreten. Die ganzen Toads müssen ja einen ziemlichen Schokoladen haben. Aber warum? Irgendwelche komischen... Hallo, kleiner Toad. Zählt der jetzt als gerettet oder nicht? Mir bin ich ganz sicher, wenn sie nicht reden. Also eigentlich müssen wir nach unten, aber wir schauen trotzdem erst mal nach oben. Das scheint die Kajüte zu sein von Prinzessin Peach. Oh, na? Wie geht's? Okay, Lärm, Hilfe! Ich bin ein Bob-Omb, kein Bob-Omb! Lol. Die kenne ich aber auch aus Paper Mario 64. Da gab's die auch schon. Die haben, glaube ich, eigentlich so eine Kugel auf dem Kopf, nicht wahr? Und kein Bob-Omb in der Fresse. So kenne ich die zumindest. Oder mit so einem Streitkolben in der Hand. Kenne ich die auch noch? Let's see. Ich kann mir vorstellen, dass sie über 30 Leben haben. Haben sie tatsächlich. Oh mein Gott, ey. Die sehen aber auch schon so tanky aus. Ja, genau, als ob die sowas hinbekommen. Ja, als ob die so viel Damage machen. Tja, wie ordnet man die denn jetzt am besten an? Ach so, und dann in der Vierer-Reihe, dass man die noch einmal behämmern kann. Ihr seid doch behämmert. Deswegen kriegt ihr jetzt einen Hammer auf den Kopf. Bobby, warum bringst du immer nur Ärger mit dir mit? So, wenn da jetzt keine Krone drin ist. Ein Stern, okay. Stern und ganz viel Prinzessin Peach. Also entweder, das gehört dir Prinzessin Peach und die mag sich richtig, richtig gerne selbst betrachten. Oder hier ist irgendein Verehrer von Prinzessin Peach, den ich mal ganz gewaltig hier die Meinung geigen muss. Was ist das denn hier eigentlich? Oh, ob man mit diesen ganzen Apparaten hier das Schiff am Laufen hält. Die sehen ja schon ohne Strom kompliziert aus. Ja, und deswegen machen wir jetzt Strom an. Doch nicht Strom an, aber wir kriegen eine Kurve aus einem Break-This-If-Something-Happened-Teil. Unten fällt Strom aus und oben hast du so ein Break-This-In-Case-Of-Emergency-Teil. Alles klar. Macht jetzt nicht so viel Sinn für mich. Dann war das ja sogar richtig, dass wir erst nach oben gegangen sind. Immer erst die Wege gehen, wo das Spiel dann eigentlich nicht hinhaben will. Aber ich würde sagen, diese Folge ist schon lang genug. Und was dann im Maschinenraum auf uns wartet oder draußen am Bug. Ich glaube, das heißt Bug vorne. Schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich, dass du schon wieder Leute. Ich würde mich freuen, dass ihr auf der nächsten Seite dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.